Oh ja, liebe Leute, es gibt heute mal ein richtig schönes, super geiles Spiel, und zwar, das soll man sich bestrecken. So, liebe Leute, ich begrüße euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren, neuen, lusteren Runde. Jetzt vielleicht irgendwelche Quatsch-Spiele, die mir der liebe Bruga empfohlen hat. In der Hinsicht bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe es noch nicht alles angeschaut, ich glaube, den zweiten habe ich bei ihm gesehen, den ersten noch nicht. Und deswegen weiß ich noch nicht, was mich erwartet ist. Das ist auf jeden Fall ein Mario-Hack, Mario-Adaption, es nennt sich Normal Super Mario Bros, keine Ahnung, wir fangen einfach direkt an. Ich bin ja mal gespannt, es fängt auf jeden Fall schon mal an, wie das ganz normale Spiel. Okay, Gegner sind weg, aber wir haben hier eine Box. Was ist denn das? The fuck? Okay, er ist voll drauf, ey. Mein Anus ist bleeding, kennt ihr die Viecher noch? Oh Gott. Ey, Toad, ja, obergeil. Wie komme ich denn da jetzt rein? Muss ich denn drücken? Ich habe keine Ahnung, ich laufe einfach weiter. Du, 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 du. Ich kann nicht weiterlaufen. Da muss ich zu diesem Anus ist bleeding, Viechern und da irgendwie ins Auto hüppen. Nach unten drücken, nach oben drücken. Äh, 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 hallo? Wie mache ich denn das jetzt hier? Jetzt drauf? Ach so. Sehr geil. Ich schieße mit... Was soll ich denn? Was ist denn das, ey? Und die ganzen geilen Smilies dazu. Alter Schwede, ey. Ja, es kommt davon, wenn man zu viele Fliegenpilze nascht. War, was, Mario? Mein, ja, Toad ist ja auch ein lebender Fliegenpilz. Man nimmt Fliegenpilze auf Feuer spucken zu können. Mario ist nicht... Ein krasses Drogenspiel. Oh, what the fuck, ey. Die Musik ist auch voll verdreht. What the fuck? Voll auf Drogen. Wow. Alter, was ein Trip. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich dachte wahrscheinlich null rauf, wenn es gerade da ist. Dig, was löst ich sonst auf? Keine Ahnung. Oh mein Gott, Bill Clinton. Nicht appropriiert. La, la, la. Bill Clinton. Nicht appropriiert. Die sind... Oh, my God. Oh, ha, 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 ha. 100 Points extra. Jawoll, Skin. Hui. Alter, was ein Pilztrip. Ohne Witz. What? Jawoll. Oh, fuck you. Nicht doch. Ich will. Ich will hier auf den Kopf springen. Alter Schweden. Alter, ey, ey, ey. Ist doch gut jetzt. Ich möchte hier auf den Kopf springen. Ich bin tot. Do it again. Ich habe jetzt hier auf dem Vorderanfang oder was? Och, Leute. Das ist ja auch was, was? So, einmal das komische, was auch immer das ist, aufnehmen und los geht's. Ich springe jetzt einfach nur noch durch. Ich renne direkt einfach bis zum Ende. Ist ja alles nicht so. Hinten ruf. Und dann wird mit Köpfen geschossen, liebe Leute. Ballern wir um uns. Mit dem nicht im Scheiß, ey. Ey, der kommt dann auf so eine Kackspiele. Ja, eigentlich ist es logisch, dass irgendwann mal jemand auf diese Spielidee kommen musste. Weil Mario nimmt doch permanent Fliegenpilze. Wahrscheinlich rennt er dann durch ein Zoo und schmeißt mit Schildkröten um sich. Die armen, armen Schildkröten, ey. Überleg mal, ey. King Cooper sagt ja immer, ist der Böse, hat die Prinzessin entführt zu seinen Scheiß. Hui. Das ist die Zoo-Wärterin. Und er ist nur auf Pilzen, er will sie entführen. Und denkt, die Schildkröten holen sie. Fuck you. Fuck you. Happy Pants. Jawohl. Not appropriate. Not appropriate. Gut. Bin jetzt leider ein bisschen verkackt. Wie soll ich denn den Typen? Kann ich irgendwie das schmeißen? Nee, kann ich nicht, wa? Doch. Einfach mal direkt raus. Oh nein, 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 nein. Schon wieder, Mann. Och Mann, Leute, das ist doof. Das mag ich nicht. Mach's nochmal. Ja, ja, ich mach's ja auch nochmal. Einmal noch, ansonsten schneide ich bis zum Ende. Kann ich einfach direkt auch weiterlaufen? Geht's eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ich muss. Ich muss auf Drogen kommen. Ein Scheiß, ey. Versuche ich beim nächsten Mal ein bisschen besser auszuweichen. Auf da. Gut, schießen wir uns mal ein bisschen durch die Gegend nochmal. Mit irgendwelchen komischen Köpfen. Ist das nicht ein Carry? Ich weiß nicht. Nee, wie ist denn das? Nicolas Cage? Ich hab keine Ahnung. Sieht so ein bisschen eigenartig aus. Ich kann's nicht genau erkennen. Es wird doch Arnold Schwarzenegger sein. In jungen Jahren. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, liebe Leute. Machen wir schon, wa? Machen wir schon. Das lügt alles. Die böse Sonne des Todes. Die Soja eigentlich noch nie im Spiel vorkam. Es gab immer eine andere Sonne. Aber egal. Egal, egal. Es ist ja auch normal Mario. Und nicht Super Mario. Obwohl, es ist ja normal Super Mario. Warum auch immer das normal dazu kam. So normal finde ich das jetzt auch nicht. Hehehehe. Aber... Nicht appropriiert. Naja. Denn die Münzen wird gespeichert. Die Münzen bringen überhaupt nichts. Außer lustige Effekte. So, jetzt kommt der Bosskampf wieder. Ach, Leute. Das wird schön. Fight. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wie***t? Der kriegt mich doch jetzt immer noch nicht mal. Wie soll man den denn ausweichen? Jawoll! Was war das denn gerade? Outstanding, jawoll Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, ich will ein paar Leben haben Boah, ist das krass, ey Leute, dieses Spiel Ruga, was spielst du denn da? Bowser auf Doom Ach du Scheiße Schnell weg, schnell weg, schnell weg Kann ich auch sprinten oder so? Ne, kann ich nicht Ich muss einfach nur Hoppada, hoppada, hoppada Ach du Scheiße, 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 oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich schaff das doch niemals, ey Ein Scheiß ist das, ey Ein Scheiß Hoppada, hu So Oh, fuck What the Hölle Ob wieder Bill Clintons Lums Der Typ hat echt einfach, glaube ich, auch zu viele Pilze genascht, der der entworfen hat Schon durch? Nein, ich bin wieder normal Der Pilztrip ist vorbei, Leute Wie flüssig das jetzt auch läuft Äh, ich, okay, wollte gerade sagen Jo Ich hab's geschafft Welt Nummer 1 ist durch Und da beendet sich das Spiel von selbst Nun gut, Leute, äh, ich verabschiede mich hier Ich hoffe, euch hat's gefallen Ein sehr kurzes Spiel, aber sehr interessant Äh, klar Wir sehen uns dann, wenn es heißt, äh, Let's Play Normal Mario oder irgendwas anderes mit mir und der Ski. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüss, ich hoffe, ich blablablablablabla.